Herzlich Willkommen im Hotel am Speisertor. Mitten in der Altstadt von St. Gallen ist das Hotel Speisertor, das 1988 gegründet wurde. Das Haus bietet eine einmalige Kombination aus Hotel- und Seniorenresidenz zum hervorragenden Preisleistungsverhältnis. Das Hotel hat 12 rauchfreie Zimmer mit Dusche und WC, Direktwahltelefon, gratis WLAN, Zimmersafe und Kabelfernsehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Restaurant am Speisertor hat jeden Tag von morgen um 7 Uhr bis abends um 7 Uhr offen. Wir bieten Ihnen zum Morgen vom Buffet abwechslungsreiche Mittagsmenüs mit grossen Salatbuffets und Kaffee und Kuchen. Bei schönem Wetter natürlich auch auf der Gartenterrasse. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf ihr Señoren. ern gefühst. Wir freuen uns auf Sie. Wir loosen uns zu motor. Ich freue mich alpha mal und untertitelung. Wir freuen uns auf Sie.